Aber weitere Details, wie gesagt, da stehen unsere Experten nicht zu verfügen. Dann darf ich noch mal kurz daraus hinweisen. Perspective Playground, eine weitere Installation, die im Rahmen der Foto-Kina stattfindet, aber auch darüber hinaus, ich glaube bis zum Neuenchen auf Europa läuft die Nummer, und zwar im Karlswerk. Eine tolle Installation, kreiert von internationalen Künstlern mit sehr außergewöhnlichen, sehr aufregenden Motiven. Also als Foto-Fan ein Must-Go-To, Must-See, und alle Informationen dazu finden Sie hier zu meiner Rechte auf der Wand. Wir öffnen täglich von 11 Uhr bis 21 Uhr und von Donnerstag bis Samstag sogar.